Darf ich Sie bitten, wenn Sie gefolgen sind? Er hat es im Nachhinein gesagt, dieses Bild war zur richtigen Zeit. Vorher hätte ich es fachlich noch nicht gekannt und danach hätte ich es körperlich nicht mehr gekannt. Der Sündenfall Adam und Evas markiert den Anfang der Menschheit des Lebens. Die Welt ist die Welt, ihr würdisches Ende. Die Entwicklung der Menschheit ist eine Leidensgeschichte ohne Ende. Christus erliegt der Versuchung des Teufels und springt die Koffe.